Wo ist denn Bernd? Ich bin hier! Äh, ich meinte, wo ist denn Ben? Kuckuck! Und wo ist Ferkel? Da! So, was haben wir denn? Seid ihr bereit? Nein, noch nicht. So, wo ist denn Jolande, sag mal? Hä? Wir aufregen, dass wir endlich den Lohn für unsere Sache nach der Münze untote Einwilligung bekommen. Das wird ein Handel für die Ewigkeit. Hm, Kapitän. Ja, ein bisschen scheiße gelaufen, ne? Würde ich sagen. Achso, das ist der Händler, ne? Aber der hat ja immer noch nichts. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Aber gibt's jetzt hier noch irgendwas zu tun? Ich mein, da war ja... Da war ja so ein Seil. Oben links. Wie hieß du? Da muss er was geben. Das ist immer noch nichts. Guck mal, der ist verdächtig. Ich hab alles verloren. Ein Pfad führt durch die Trümme. Priske lassen. Ja. Ich darf Priske lassen. Jawohl, tschüss. Aber trotzdem bin ich ja hier falsch. Hier gibt's ja nix. Zauberlabor mal hingucken. Hallo? Gibt's hier was zu tun? Hallo? Hallo, hallo, hallo? Kann man hier irgendwas machen? Ja, ne? Na gut. Könnte ich jetzt wieder ganz zurückgehen? Ne, könnte ich wahrscheinlich auch nicht, ne? Ich denke mal, dieses Alles-Absuchen hinterher nochmal, dann machen wir hinterher, wenn man mehr Freiraum hat. Hier darf ich jetzt wahrscheinlich nur raus wegen Angeln, eventuell. Ich hätte gern ein Boot, um rüber zu gehen, aber habe ich nicht, ne? Du, 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 du. So, da bin ich wieder, guten Tag, guten Tag. Wir waren nie weg, wir waren nie weg. Ja, dann Action, war. Ich bin bereit, bereit. Bist du auch bereit? Dann lass ein Abo da. Bist du bereit? Lass ein Abo da. Bist du bereit? Bist du bereit? Lass ein Abo da. Lass ein Abo da. Und dann sprach er, spürt den Schmerz der ewigen Sünde und verwandelte sich in eine halbseidene Gestalt mit schönem Gesicht, die mit gefiederten Flügeln sanft auf einen Apfel blies. Bist, mein so. Und was ist dann passiert? Wir tranken ungefähr 26 Elixiere, die wir für später aufsparen wollten und stiegten schließlich. Achso, und siegten schließlich. Wo ist da? Ein tapferer Kopf. Wo ist Porky? Hm, waff. Huh, Unwetter. Das zieht sich auch nicht wundern, wo Porky auf einmal hin ist, ne? Reit machen, wir legen demnächst ab. Befehle, Kapitänin. Beschützt die Dorfbewohner, bis wir zurück sind. Wett erledigt. Gute Reise, Kapitänin. Wann darf ich dir denn die Musiknoten geben? Wann können wir endlich unsere Regenbogen, Schnecken abgeben und, und, und. Es geschieht alles so schnell, dass kaum Zeit für Erklärungen bleibt. Also. Nein, wer hätte das gedacht? Bitte sagt meiner Mannschaft nix. Porky! Wir wussten es eigentlich schon. Also, Ben wusste das. Ich bin, ich komme aus dem Staunig raus, Porky. Hä? Wieso habt ihr dann nichts gesagt? Ach, du bist eindeutig auf unserer Seite. Nur das zählt. Ich, ich wollte dich dein, äh, dein Rollenspiel nicht stören. Ich bin schlau. Nein, ich bin schlau. Ja, welche Gründe du auch immer hast, sie, die müssen gut sein. Oh, und danke, dass ihr die Münze für meine Rettung benutzt habt. Ich. Ach, wir haben uns geeinigt, dass du dein Geheimnis wahren darfst. Darfst. Aber gut, dass du uns jetzt vertraust. Moink. Es tut mir leid, ich hätte... Ach, schon gut, wir sind jetzt ein Team. Ihr versteht also, dass die Eroberung der Abendlichen nicht so leicht wie gedacht ist? Ja. Und außerdem schulden wir dir was. Also, umso besser. Moink. Danke. Ich mach das schon. Ja, ich auch. Jetzt. Tschüss. Platsch. Boom, 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 boom. Da sind wir, das Quattro-Team. Nooo. Die Abendliche wird jeden Moment in die Seele des Lachtmas zurückkehren. Geht sofort von Bord. Und weg. Äh, tot. Ich nicht. Puff. Ich auch nicht. Und ich erst recht nicht. Was ist passiert? Ich hab jemanden gesehen und dann, puff. Willkommen in der See des Lachtmas. Tolle Leistung, eure Seelen einfach so an einen alten Piratenflug zu binden. Hallo. Äh, wir wollen das Schiff eigentlich, äh, kapern. Für uns beanspruchen. Selbst übernehmen. Das ist ja mal das Witz des Jahrtausends. Und wie wollt ihr das anstehen? Nein, ich beiß ihr in den Fuß. Diese zwei hier sind Krieger der Sonnenwende. Ein Hase und ein Schwein. Wie bitte? Ich seh aber ein Bär. Er meinte ich auch. Sie können Sonnenmagie einsetzen. Niemand ist dagegen immun. Sonnenmagie? Was? Wie kann es nur so einen Zufall? Ihr seid eine Halluzination. Nicht wahr? Ich guck weg. Seht euch vor. Und ich guck euch wieder an. Okay, Sturmkala. Hat eure Anwesenheit gespürt. Ich schätze, das macht euch... Du bist also die, 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 die Steuerfrau, nennen? Mein Name ist Hortens. Benutzt ihn. Keine Ahnung, wieso ihr alle hier seid. Aber schön, dass endlich mal jemand zum Kaffee kommt. Du meinst, die Kaiserpiraten? Sind sie nicht Kaffee-Freunde? Meine ehemalige Besatzung? Ei, tja. Meuterei bringt einen auch irgendwo hin. Nun, es ist wohl noch schlimmer, eine Meuterei anzustacheln. Manchmal wünschte ich, ich wäre auch ein hirnloser Untoter. Also, dein ehemaliger Kapitän, dieser Sturmkala. Ja, irgendwie hinauf. Wenn mich das letzte Jahrhundert irgendwas gelehrt hat, dann, dass es nicht möglich ist. Der Fluch lässt nur zwei Möglichkeiten offen. Entweder Sturmkala gibt auf, oder ich lasse die abendliche sinken. Und wie sieht's aussieht, will nix davon in naher Zukunft eintreten. Und was werden wir ihn bekämpfen? Jetzt schaue ich euch wieder an und denke mir, du bist behindert. Aber Achtung, Sturmkala ist der fähigste Windmagier, den die Welt je gesehen hat. Ach, wir haben keine Angst vor dem Kampf. Ich mache sie alle fertig. Ihr denkt, ihr kommt gegen einen Groll an, der eine alltraumhafte Parallelwelt beschworen hat, um seine Besatzung bis in alle Ewigkeit zu quälen? Also, wenn ich es mit Ferkel aushalten kann, dann auch mit diesem Sturmkala. Hört mal, wenn ihr unbedingt das Schwert gegen ihn erheben wollt, dann sei es so. Aber erst müsste diese Windbarriere schwächen. Na, wo beginnen wir? Es gibt drei Blitzsäulen, die ihre Energie zum Strudel zurückleiten, indem er seinen endlosen Sturm kanalisiert. Wenn ihr gegen ihn antreten wollt, ist das der erste Schritt. Wo sind die Säulen? Selbst wenn ich es wüsste, könnte ich jetzt mit diesem Alltraum hier nicht sein. Okay, wie wär's für den Anfang mit nem Test? Meine Karte sollte unter Deck in der Küche hinter dem Mannschaftsquartier sein. Kommt ihr lebendig damit zurück, unterstütze ich euren Plan. Eine Karte? Kommt sofort. Die abendliche. Ich muss aber mal eben meine Nase putzen. Moment. So. Holen wir uns mal diese blöde Karte. Äh, aua, okay. Psch, psch, psch. Los geht's, wir kapern das Schiff. Okay, kriege ich eigentlich Schaden? 98? Puff. 98, okay, dann nicht. Da geht's auch nicht lang, okay. Hier hoch. Oh, ey, ich bin schlau. Na, wissen wir, Ben. Gut. Ah, nee, schützen. Und hier runter. Bumm. Hallo. Oha, ganz viel Gift. Ja, er kommt wieder direkt erstmal weg hier, ne? Bumm. Und da hinten machen wir Gift. Drücke A. Ey, ich drücke A. Scheiße. Direkt verkackt. Pocky! Aua. Ben! Plump, 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 plump. Mann, das ist auch verkackt. Seelenreißer. Ich verreiße deine Seele. Aua. Ich mach das schon. Ey, mach das schon, Leute. Und plump, ich bin nicht so doof wie Porky. Der Hasenanteil bei... Hier. Ist wohl noch nicht so groß. Hehe. I, 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 i. Oh nein, resistent. Ah, Mann. Ich wurde erschossen. Tschü. Aua. Ah, Mann. Aber was liegt denn da schon? Ne Fischluppe. Aber ich hab doch gar keinen Platz mehr für Essen. Ich frag mich, was dafür wegkommt. Ein Cent ist jetzt dafür weg, ne? Ne, wir hatten ja sowieso einen Platz frei. Hallo. Mir fällt grad auf, mir fehlt ein Brot. Wo ist mein Brot? Ähm, wenn ich hab dir was zu sagen. Wo ist mein Brot? Wo ist mein Brot? Also, ich, ähm, ja. Ich hatte Hunger. Und... Ah, der hat uns gegessen. Oha, du Arsch. Uh, was hier unten denn los ist? Bam. Bam, 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 bam. So, jetzt gibt's aber hier Drachengerubbel. Drachengerubbel? Was denn? Und... Schwing, 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 schwing. Mann, Mann, was ich drücken? Ah, das hat wenigstens funktioniert. Meine Seele! Haha, abgeblockt. Meine Seele! Abgeblockt. Äh. Ah, Mann! Komm, jetzt schaffen wir das aber. Wird doch gelacht. Einfach A drücken. Ist auch nicht so schwer. Bam, 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 bam. Jawohl, tschüss. Lulululu. Ein herzhafter Einkauf. Du kannst keine... Okay, guck, 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 guck. Okay, dann würde ich sagen, Brot für alle. Leichter zu kochen als zu essen. Hä? Das ist für die ganze Gruppe. Ich glaube, das wäre gut, ne? Ja. So. Dann haben wir übrigens einen einen Platz. Herzhafter Eintopf. Ja, aber jetzt komme ich. Bam, bubam, bubam, bubam. Okay, die, oh wow, die wollen alle. Hm. Ich lasse mal Ben kurz weg. Gebietsschaden. Was heißt denn Gebietsschaden? In näheren Schleudern. Ja, das ist alles nicht so... Ich probiere das mal aus. Komm, machen wir einfach mal. Was habe ich denn hier? Mein Topf? Aha, nichts gebracht. Das hat ja gar nichts gebracht. Oh, der greift jetzt mit 10% weniger an. Okay, halb tot. Ja, abgeblockt. Noch nicht tot. Na, Mann. Das tut aber auch weh, sei dir, du. Ah, scheiße. Den schleudern. Jawohl. Aber noch nicht tot. Denk mich am Arsch. Gibt's halbe. Oh, die muss reinhauen. Okay, jetzt aber. Jeden dreimal treffen. Schwing. Schwing. Alle wegmachen. Alle wegmachen. Oh, shit. Ja. Huh. Okay, Ferkel. Was denn? Meine Seele. Äh. Nochmal schleudern. Nee, jetzt tauschen wir mit Ben. Ben macht das schon. Ja, oder auch nicht. Oh, ja. Oh, ja. Aber am Ferkel guckt gar nicht. Egal. Hab ich was mit was? Ja, alles gut. Okay, wir müssen wieder was essen. 90. Äh, für die ganze Gruppe. Äh, für die ganze Gruppe. Oh, Fischkuchen. Kuchen! Toll. Umsonst den Kuchen gegessen. Scheiße, verdammt. Ah, das konnte man ja nicht ahnen. Jetzt sind wir geheilt. Ah, nee. Leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch. Autsch. Na gut, na gut, na gut, na gut. Guten Tag. Bam, 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 bam. Erstmal den hier. Jawohl. Arsch. Ich nehm einfach mal das. Und das. Und. Schwing. Das ist noch einen richtig weiten Weg. Das Schwere ist immer, wenn die so unterschiedlich ankommen. Shit. Shit. Aber egal, hier war das gleiche nochmal. Schwing. Schwing. Ah Mann, das war auch wieder nix. Leben alle wieder. Immer noch. Oh, Fäcke. Ich nehm noch alle nix mehr am Leben, oder? Kann ich nicht nochmal. Ja, ich kann nochmal. Fäcke, du musst dich jetzt alle umhauen. Bum, bam, 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 bam. Ah, uuh, uuh, uuh. Neee, einer überlegt. Jawohl. da holen wir uns gleich direkt erst mal wieder aus knallen an kuchen haben wir den kuchen ja wieder gekriegt warte das ist die karte karte das ist die karte zurück zu rettet ja ja warte doch mal erst mal lass mal ein lager aufschlagen wir haben schon ewig kein lager aufgeschlagen lager hier okay hortense wirkt nett wir tun hier das richtige hortense hat wirklich drauf könnt ihr euch vorstellen so lange durchzuhalten stormkader es wird zeit dass jemand es beendet oh ihr habt ein neues artefakt gefunden lass mal sehen habe ich eine neue geschichte die dreischwässern hey wollt ihr eine geschichte die dreischwässer es heißt dass das schicksal einer zwillingsgeburt zur sonnenwende eine münze wirft ihre innere magie sollte entweder deutlich verstärkt oder zu etwas verzehrt werden das zum wohle aller eingedämmt werden müsste über generationen hinweg vollführten zwillinge als krieger der sonnenwende große taten konnten jedoch trotz ihrem immensen potenzial nie zu wächtergöttern aufsteigen zum aufstieg braucht es je einen teil der sommer und der wintersonnenwende doch seelenverwandte dürfen nicht auf ewig getrennt sein an einer besonders warmen sommer sonnenwende landete die münze des schicksals am rand und drillinge worden geboren wie die instinkte des großen adlers vorhergesagt hatten zeigte sich bald dass die moral sich drei geteilt hatte als ob sie die innere magie in ungleichen form zum ausdruck bringen wollte da ihre taten sie auch unausweichlich voneinander entfernten würden erhielten sie ungemütlicherweise ähnliche namen mojara jomara und romaya den namen doch mal ja war doch ein boss mojara wurde nach moon gradle geflogen wo aus ihr eine wackere kriegerin der sonnenwende und direktorin der zenith academy wurde mojara die standhafte hüterin gab ihr leben als sie den angriff gegen den emmeriten der zwietracht anführte jomara ist die neutrale der drei und als die alte im liderpilz moor bekannt sie lebt ein zurückgezogenes leben beobachtet die ferne zukunft und weiß sagt kryptische prophezeiungen zu wichtigen ereignissen und bedrohungen mit fünf jahren sagte sie voraus dass der flashmancer nach einem sieg über den emmeriten der zwietracht verschwinden würde zum preis von mojaras leben trotz ihrer immensen macht beteiligt sie sich an keinen konflikten dies die schweiz in der zwischenzeit nutzen romaya jeden moment dazu das zu studieren was von den wegen des flashmancers bekannt war und sich selbst in dunklen künsten zu üben durch ihr verständnis von blutmagie wurde sie zur ersten nekromantin und entwickelte einen weg um seelen in objekte zu bannen eine ihrer bekanntesten erfindungen sind nie erloschene kerzen auf denen die für romaya typischen grünen flammen lodern die drei schwestern warfen mit ihren extremen arrangement für unterschiedliche sachen viele fragen zu den im leben zu treffenden entscheidungen auf sollte man tapfer und selbstlos wie mojara sein und einen frühen tod hinnehmen während man für eine gute sache kämpft sollte man ein ruhiges friedliches aber einsames leben wie jomara führen um den ehrgeiz zugunsten der sicherheit aufgeben ohne jedes wahre ich zu erkennen oder sollte man sündigen wie romaya voller arrogantem vertrauen in die eigene fähigkeit jede vergeltung als konsequenz ihrer schandtaten unterdrücken zu können sind die drei schwestern wirklich eine liste schicksal oder ein tückisches spiel der götter oder liegt es nur daran dass wir auf der suche nach einem sinn mitunter bedeutung und zufall verwechseln vielleicht ist es besser wenn wir es nie erfahren ende das ist unser ziel mit euch ist jeder tag ein kunterbuntes abenteuer lasst ein abo da wir freuen uns so sehr wie